Hallo liebe Freunde des Lego Ninjago Wikis. Ihr wundert euch vielleicht über dieses Video außerhalb der Reihe, aber nachdem wir gestern auf der Webseite Promobricks einen Artikel darüber gelesen haben, dass ein Ninjago Soft Freeboot kommen soll, dachten wir uns, dazu müssen wir unbedingt heute ein Video außerhalb der Reihe machen. Viel Spaß dabei! Wenn du es auf der Redenstark im Kronom war, dann sagt er aus, dass die Gonkirche die Gruppe die Schlange mit der Brücke gleich weitergeht, wenn du das Abbaus mit der Herbenstrecke da schwebt ist. Das ist die Abbausstraße, das ist die Abbausstraße, das ist die Krystalmen und das ist dieiece Abbausstraße zu steppen. Das Abbausstraße ist kein Ausbringen, das Essen geschaut wird, wenn du ohne Brüttlinge starken DISASso Die ersten beiden Minuten, die 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 Dünamin haben, die die Dünamin sind, die sie nicht die Dünamin haben. Aber die Dünamin werden nun wieder auf die Dünamin geben. Ich möchte die Dünamin nicht mehr über die Dünamine über die Dünamin werden. Die Dünä Hüterin wird wieder auf die Dünamin verbunden. Ich finde, dass alles in den Dorfchner gefordert ist, dass alle alle Energienste mitgenommen werden. Es geht darum, dass die erste abhüttliche Anlage umgekehrt werden, wo wir die andere hinein führen können. Vor allem, was an mit den Köpfchen ist, die es ist! Der Proberat, das heute ist, der Herr Garmadon! Soll ich ihn, dass das eine Erkunftslung sein kann? Und auf die andere Seite, die die Dane-Dob-Innen zusammenkommen, sind alle die Zettel-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich. Untertitelung des ZDF, 2020